Yo, Leute, was geht ab Mucka hier am Start mit de Flitzen Mila, komm her! Brrrraa! Mila! Komm her! Qu Qu Qu! Da läuft die kleine Weg Leute, was geht ab? Es ist ein wunderschöner Freitag Ich glaub, heute ist Freitag Ich glaub, heute ist Freitag Das Wetter Sonne Sommer Sonnenschein Sommer fängt langsam an Es ist richtig warm Also ich bin hier fast in T-Shirts unterwegs Ich bin ein Kapper Falls ihr das überhaupt sehen könnt Leute, einfach nur geil Heute ist geiles Wetter Er ist das erste Mal 1. April, lasst euch nicht ärgern, alle haben gesagt, mach mal so was Geiles, einen coolen Witz, ich sag, Alter, scheiß auf diese Witze, keine Ahnung, man, kotzt mich an, immer 1. April, jeder macht wieder, oh, ich hab meinen YouTube-Channel gelöscht, oh, German Let's Play zeigt sein Gesicht, oh, hier, hast du da nicht gesehen, keine Ahnung, Leute, lasst euch nicht ärgern, 1. April geht mir auf den Sack, deswegen trinken wir heute Abend ein bisschen, kommt vorbei, schaut am Stream vorbei, wir trinken ein bisschen und ja, zocken ein bisschen arg, vielleicht gamblen wir ein bisschen, vielleicht machen wir irgendeinen Giveaway, je nachdem, wie angetrunken wir sind, seid dabei, ab so 19, 20, 18 Uhr, peace and out, pisser, schönen April.